Ich meine, das nächste jetzt mal an. Das ist nach England. Also nein, nach England ist nun geil, aber mir auch nicht. Das könnte machen, ne? Wie viel? 3000, ne? Geht alles immer nur bis 3000. Also schade. Hier 1000. Oh, die wurden auch nur 2000. Ey, wie viel ist das denn? Haha. Okay, die letzten zwei bekommen nur noch ein, gar nichts. Oh, boah. Ich geh fahr... Ah, ich werde die gleiche Strecke. Na... Ich gleich strecken wir mal noch zurück. Jawohl. Komm, wir fahren mal von Niederlanden nach Köln, ähm, von Niederlanden nach England. Es gibt ja den, ist nur Euro-Truck, es gibt auch Amerika-Trucks immer leider. Da... Da... Kann man halt so in... Da hat man das gleiche nur in Ameri-Corps. So, das ist keine Ausfahrt, oder? Ist auch keine Ausfahrt? Ne. Man muss gar nichts mehr denken. Schaffen wir es? Jawohl. Das ist die Ausfahrt. Jawohl. Das ist die Ausfahrt. Da... Das ist bestimmt nicht... Nicht leicht. Komm, wer ist uns vor? Digga, komm. Wow! Oh! Hast du mal so bei uns nur rein, Alter. Weil, das verbraucht, die Spur, der könnte halt da liegen, ja. Ich finde LKW geil. Voll das Ding hat sie geil aus. Der war noch mit Tastatur. Ich hab mir auch mal vor, ähm... LKW zu kaufen. Ich schreib mal in die Kommentare, ob... Wenn ihr ein gutes LKW kennt. Oder das LKW ihr habt. Schreib mal in die Kommentare. Wie es heißt. Dann guck ich mal so auf Amazon, Ebay oder so. Na... Aber so ist es so ein... Denk hat sein auch schon mit so... Du weißt, das ist 90 Grad, ne? Ist das also... Ja, das ist so, was meine, ne? Ja, jetzt ist die auch noch... Red. Der Fußgänger ist auch aktiviert, geil. Guck mal, Fußgänger. Da muss ich mich freuen. Na ja... Hab ich grad so gesehen, die Fußgänger. Da ist... Guck mal... Meinen großen... Rechten Spiegel oben. In die Ecke. Da geht gerade eine Frau. Warte, kommt die gleich? Da kommt die. Dann kann ich auch aufschalten. Naja... Wollen wir das machen. So. 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 Ah... Ja, ist schon klar. So. Ein bisschen abrassen. So. Ich räume nicht mehr das Mikro mal aus, dass es mir ausprobieren kann. vielleicht war es auch so ein aufbau wie du dich das ganze aufbauen bei der lieben landet hat ein fahrzeuger ein sind so als aufbau schränke am mikrofon ich anschließe muss an testen es sein muss man auch die spuren mit dienen es ist es halt wurde es aber ein neues mikro gegen das headset was besser klingt ja aber ich bin es vielleicht in den ersten drei wochen scheiße wahrscheinlich ich hoffe kommt morgen übermorgen oder übermorgen übermorgen geht er nicht weil es am sonntag ist das geile findet morgens ist freitag schulfrei samtags schulfrei sonntags schulfrei ist ja klar montag und die zack schulfrei wegen karne war der hallo das ist mir das die gar nicht wir haben es aber ich gehe zu bergen rum oder schafft es der lkw der lkw schafft es schafft es das ist so scheiße schwer finden eine wenn man hier also auf der spur fährt ne aber dann wenn er hat man sich rein sie kommt und schon dann für an den spuren also muss man auf der spur da fahren er ist auf dem halte ihn er und da lk 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ist die wohl ist verboten ja warum ich nicht auf dich wohlgeblieben Hö. Keine Ahnung. Ja. Digga, warum bleibt ihr da stehen? Warum bleibt ihr da stehen, Alter? Hä? Warum ist das hier hingewiesen? Ist das dumm oder so? Dein Scheiß Opel. Als nicht du. Nicht zu glauben, der andere da vorne. Vor der 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 Säbne Opel. So. Du du du. Plopp. 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 So. Wenn du so oft meine Tastatur hörst, dann liest du deine Seite mit Tastatur hier linke. Du du. Du du. 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 Jo. Du. Dies.